Samstag, der 16. Dezember 2023. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir öffnen heute das Türchen. Es ist ein bisschen schwieriger heute zu öffnen, weil es geht jetzt unten weiter die nächsten Tage. Da wäre der Netto-Adventskalender. Jedenfalls das Türchen und es kommt ein Horn zum Vorschein. Bei dem Kaufland-Adventskalender ist es hier unten. Ihr wisst, wer da zum Vorschein gekommen ist. Das darf der Aldi-Adventskalender sein. Da ist das Türchen. Ist identisch mit Kaufland, wie ihr seht. So, der dürfte ja aus dem Video sein und gehen ganz unten in die rechte Ecke. Und da kommt auch ein Horn zum Vorschein. Hier brauche ich nicht mal rumzugehen mit der Kamera. Da ist es. Kurz vorm Verschwindepuls. Bei diesem zweiten Adventskalender, dem Geschenk, aus dem Aldi in dem Fall, ist ja da oben ausnahmsweise das Türchen. Und da kommt ein Auto zum Vorschein. Und damit sage ich mal, bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns auch am morgigen dritten Advent, sprich an einem Sonntag.